Keiner fliegt am Freitag bei Lett und Raute X 27 Semi-Kolones-Danze? Keiner fliegt. Eigentlich wird jede Woche ein Promi bei Lett-Danze aus der Show gewählt. Nach Schauspielerin Tina Roland, 51, Bachelorette Jessich H. Pastzka, 27, und YouTuber Heiko Lochmann, 18, hätte auch am kommenden Freitag wieder ein Star seine Tanzschuhe an den Haken hängen müssen. Doch diese Woche soll offenbar keiner der Kandidaten das beliebte RTL-Format verlassen. Der Grund für die neuen Spielregeln ist allerdings kein besonders schöner. Vor wenigen Minuten verkündete die BILD, dass Model Barbara Meyer, 31, und ihr Tanzpartner Sergio Luca, 35, am kommenden Freitag nicht beantreten werden. Der Grund, die geliebte Oma der Germanys Next Topmodel-Siegerin von 2007 ist gestorben. Aufgrund des Todesfalls und der anstehenden Beerdigung wird das Model daher eine Woche pausieren. Das soll laut Informationen des Blatts bedeuten, dass kein Tanzpaar das Format verlassen muss. Allerdings verspricht die Show trotzdem eine Menge Unterhaltung, Substar Külje Minogü, 49, wird zu Gast bei Lett-Danze sein. In Folge 5, am 20. April, wird dann alles wieder seinen gewohnten Gang gehen. Wird wieder übers Parkett fegen und am Ende des Abends muss dann ein Promi gehen. Alle Infos zu im Spezial bei RTL.de. Alle Infos zu im Spezial bei RTL.de.